Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal ein Video, was ich schon sehr lange geplant habe, aber irgendwie ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Ich möchte über unpopuläre Sims-Meinungen sprechen. Ich habe mir jetzt 10 Punkte rausgesucht, über die ich sprechen möchte. Ja, manche ein bisschen ausführlicher und manche sind halt nur Statements, die ich hier setze. Ich habe sie vor mir liegen und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal direkt. Mein erster Punkt ist, dass mein erstes Haus der Accessoires gar nicht mal so schlecht ist, wie es halt immer so dargestellt wird. Also ich bin auch der Meinung, dass es in Hunde und Katzen reingemusst hätte und dass vieles natürlich Recolors sind und so. Trotzdem finde ich die Items sehr, sehr cool und nützlich und ich benutze die auch fast lieber als die Sachen aus dem Hunde- und Katzen-Pack, weil ich die irgendwie cooler finde einfach. Deswegen hat sich für mich der Kauf gelohnt. Ich habe es auch, glaube ich, für 3 Euro oder so nur gekauft. Deswegen, also das kann man dafür schon mal hinlegen. Mein zweiter Punkt ist, dass ich finde, dass die Sims 4 nicht schlechter als die Sims 3 ist. Jeder hat natürlich seine eigene Meinung und so. Aber ich muss schon mal sagen, dass ich letztendlich wahrscheinlich sogar mehr Zeit in die Sims 4 verbracht habe. Zumindest in einem kürzeren Zeitraum, sage ich mal. Bei The Sims 3 war es häufig so, dass ich zwar an einem Tag auch gut und gerne mal 8 Stunden gespielt habe, aber bei The Sims 4 spiele ich in der Woche eine Stunde. Bei The Sims 3 habe ich dann aber einfach oft gehabt, dass ich dann wirklich monatelang dann gar nicht mehr gespielt habe. Und bei The Sims 4 spiele ich wirklich wöchentlich. Also klar, auch für diesen Channel, aber auch bevor ich die Videos hier gemacht habe, habe ich das sehr, 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 sehr regelmäßig gespielt. Und ich glaube, ich würde das auch tun, unabhängig von dem Kanal hier. Man muss halt sagen, es hat beides seine Stärken. Sims 3 hat natürlich einen krasseren Gameplay-Aspekt, das muss ich definitiv sagen. Und auch die Open World ist gar nicht mal so schlecht. Also zumindest im Sinne von, du kannst sehen, was machen deine Nachbarschaftsleute. Du kannst den einen Sim zu Hause machen und denen da Sachen machen lassen und der andere macht oder woanders was. Was halt auch eigentlich gar nicht mal so ungeil ist. Also mir hat das auch sehr gefallen. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu. Aber Sims 4 hat einfach, finde ich, einen viel, viel besseren Creative Sim. Und vor allem auch der Baumodus macht mir persönlich viel mehr Spaß. Deswegen würde ich behaupten, dass es, wenn, einfach gleich gut ist. Nur letztendlich Sims 4 macht mir, also lässt mich länger, über einen längeren Zeitraum viel spielen. Mein dritter Punkt ist, dass mir spielbare Tiere ziemlich egal sind. In Sims 3 konnte man ja die Tiere spielen. In Sims 4 kam das raus und viele haben sich dann beschwert, dass man die Tiere nicht steuern kann. Aber ist mir ehrlich gesagt egal. Was ich gut gefunden hätte, das konnte man in Sims 2 nämlich nicht. Da konnte man sehen, was hat dein Tier gebraucht. Und in Sims 4 weißt du es gar nicht. Du musst dann halt fragen, was ist los? Und dann kommt eine Sprechblase und dann steht da, was die brauchen. Das finde ich ein bisschen doof. Aber sonst möchte ich die Tiere gar nicht spielen, weil es ist natürlich einfach realistischer, wenn du sie nicht spielen kannst. Mein vierter Punkt ist, dass ich gar kein Farming packen möchte unbedingt. Also wenn es kommen würde, würde ich es nicht meinten, aber grundsätzlich denke ich mir so, ich brauche es wirklich nicht. Also es gibt ein paar Dinge, die ich irgendwie noch lieber haben wollen würde, als jetzt Farming. Weil wenn ich ehrlich bin, also ich habe jetzt persönlich keine Bindung zu Pferden und sonst irgendwelchen Kühen, Hühnern oder so. Also das brauche ich jetzt nicht unbedingt in meinem Sims-Spiel, wenn ich ehrlich bin. Ja, sonst Gartenarbeit würde dann nochmal irgendwie aufgegriffen werden, aber es wurde ja erst zu Jahreszeiten geupdatet. Und ich fände es ein bisschen unnötig, wenn ich ehrlich bin. Wenn es kommen würde, würde ich mich trotzdem freuen, aber ja, also ich finde es nicht nötig. Mein fünfter Punkt ist, dass ich Swatches besser finde, als das Creative Style Tool. Da werden mir jetzt viele widersprechen und sagen, aber alles könnte so individuell sein. Und ich denke mal so, ja, aber es hat auch echt viel mit der Performance gemacht von dem Spiel. Selbst mein PC, der schaut echt ziemlich gut. Es geht da ganz schön in die Knie. Und es tut mir leid für die Leute, die das halt einfach nicht so miterleben konnten. Also mein PC kriegt es schon noch hin so. Aber davor hatte ich einen Gaming-Laptop, der ist immer komplett gestorben. Und ich hatte nur Base Game installiert und kein Custom Content oder irgendwas. Ich hatte wirklich nur dieses Basisspiel. Und ich bin jedes Mal, hat das gefühlt fünf Minuten geladen, bis das mit dem Creative Style Ding funktioniert hat. Und das ist es mir nicht wert. Da habe ich lieber ein paar vorgefeinigte Swatches und denke mir so, das ist schön. Außerdem muss ich sagen, ich verbringe nicht mehr tausend Jahre. Also ich verbringe immer noch viel Zeit mit der Erstellung von Sims und Häusern und so. Aber es ist nicht mehr ganz so lange, wie als ich das Creative Style Tool hatte. Weil ich war so, das muss wirklich dann perfekt aussehen. Und jetzt bin ich so, also es muss trotzdem für mich schön und perfekt aussehen, in dem Sinne. Aber ich habe nicht mehr, oh mein Gott, aber diese Farbe ist dann doch nicht so gut. Und keine Ahnung, weil dann nehme ich einfach ein anderes Teil, weil es die Farbe vielleicht gar nicht gibt. So, das ist halt für mich einfach besser, weil ich dann mehr Zeit auch im Gameplay an sich verbringe. Und nicht nur im Creative Sim und im Baumodus. Auch wenn ich das gerne mache, aber irgendwann reicht es auch. Punkt Nummer 6. Ich finde die kleinen Kinder in The Sims 4 fantastisch. Natürlich nerven sie und so, aber die sind ja älter. Also die sollen ja so 4, 5 sein ungefähr. Vom Alter her, die kleinen Kinder aus den Teilen davor waren ja jünger. Wahrscheinlich so 1, 2, 3 vielleicht. Und ich muss schon sagen, also dadurch, dass sie so schon recht realistisch sind, finde ich sie ziemlich, ziemlich cool. Und ja, ich bin echt Fan davon. Also die gefallen mir sehr, sehr gut. Und die können halt auch, finde ich, mehr machen als früher noch. Und das finde ich gut einfach. Nummer 7. Mir gefällt das Emotionssystem richtig, richtig gut. Und es ist besser als diese Leiste, wo dann einfach nur stand, dir geht es gut oder schlecht. Also, wo das dann grün oder gelb oder rot war. Weil das fand ich irgendwie ein bisschen... Hm. Also ich meine, es ist doch gut, dass dein Sim traurig ist, wenn die sich geschieden haben. Oder wenn ein Sim verstorben ist und nicht einfach nur ein Moodlet da ist. Aber du kannst trotzdem so richtig, richtig, richtig happy sein. Und ja, also klar, das geht in Sims 4 auch. Aber keine Ahnung. Also ich finde dieses neue Emotionssystem schon besser. Auch, dass halt dann Sims nicht nur traurig sind, sondern halt auch... Also traurig oder glücklich, sondern halt auch angespannt oder wütend oder was auch immer. Nummer 8. Ich möchte keine Pre-Teens. Bitte, 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 bitte macht keine Pre-Teens. Ich möchte keine Pre-Teens. Was? Also sie wären nicht unterschiedlich genug, um sich von Kindern und Teenagern gleichmäßig abzukapseln. Weil in eine Richtung wäre es auf jeden Fall mehr ähnlich. Und das fände ich ja noch ein bisschen doof. Also keine Ahnung. Also... Nee, ich will es nicht. Nummer 9. Ich finde die Ladebildschirme echt okay. Klar, manchmal sind sie nervig, wenn sie sehr lange dauern auch und so. Aber letztendlich muss man schon sagen, das Spiel an sich läuft ziemlich gut. Und ich denke, dass diese Ladebildschirme auch was beitragen dazu. Außerdem ist es gut, dass diese Ladebildschirme da sind. Denn dadurch, wenn wir auf ein Grundstück gehen, was öffentlich ist, sind da immer Sims. Immer, 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 immer. Und das war in Sims 3 nicht so bei der Open World. Und das hat mich immer so krass genervt. Weil warum sollte keiner in diesem Restaurant, also nicht Restaurant, aber in diesem Club sein oder so. Also es ist schon... Nee, und jetzt ist immer jemand da. Und sogar ziemlich viele Sims. Und das finde ich toll. Und das sollte auch so sein. Und deswegen gefällt mir das auch besser. Außerdem kann ich im Ladebildschirme immer überlegen, hmm, was mache ich denn dann genau da? Und Nummer 10. Ich finde es wichtiger, dass Kinder und Teenager Updates bekommen als Babys. Ehrlich gesagt, es ist mir nicht egal, dass Babys Objekte sind. Aber Babys sind sowieso nur in diesem Lebensabspann für zwei oder drei Tage. Und Kinder und Teenager haben dafür auch noch zu wenig Objekte, mit denen sie interagieren können. Bestimmte Sachen, die nur diese Altersstufe machen kann. Und ich fände es besser, wenn sie halt dann irgendwie mehr dafür reinbringen würden. Anstelle von, dass Babys halt einfach keine Objekte mehr haben, to be honest. Zum Beispiel halt einfach Hobbys für Kinder und Teenager. Mehr Aktivitäten, die sie nach der Schule ausführen können. Und sowas halt. Also bei Babys, also klar, können wir ein Overhaul haben. Und ich würde mich auch darüber freuen. Aber wie gesagt, ich finde, es ist mehr Notwendigkeit bei Kindern und Teenagern. Und jetzt würde es mich interessieren, stimmt die meinen Punkten zu? Und was sind eure unpopulären Meinungen in die Sims? Es geht jetzt nicht nur um die Sims 4. Ich habe zwar jetzt fast nur über die Sims 4 gesprochen. Allerdings, ja, meinte ich das so generell. Und Sims 4 ist halt nun mal am kontroversesten. Und deswegen habe ich halt vor allem darüber gesprochen. Weil ich da halt anscheinend am meisten unpopuläre Meinungen habe. Weil die meisten sind so, mh, dieses Spiel ist doof. Weil das hat da und da und da und da Probleme. Und dieses Positive wird halt nie so genannt. Und keine Ahnung. Und wie gesagt, also ich finde, es ist auf selber Stufe wie Sims 3. Aber ja, wir können darüber gerne diskutieren. Was denkt ihr über meine Punkte? Was sind eure unpopulären Meinungen? Das würde mich sehr krass interessieren. Vielleicht stimme ich euch ja zu. Vielleicht ist mir noch irgendwas... Vielleicht fällt euch ja irgendwas auf, was ich da auch so finde. Man weiß es noch nicht. Und auch sonst. Mal gucken. Ihr könnt mir auch gerne sagen, was ihr sonst für Videos sehen wollt. Weil ich bin zur Zeit ein bisschen planlos. Wenn euch irgendwas einfällt, was ich machen soll. An irgendeiner Cast-Challenge oder so. Also schreibt es in die Kommentare. Schreibt es mir privat. Auf Twitter. Wo auch immer. Generell habt ihr ja dafür entschieden, dass dieses Video kommt. Deswegen folgt mir auf Twitter. Da könnt ihr dann sehen, was ihr bekommen könntet für Videos. Manchmal stimmt ihr auch ab, was es kommt. Deswegen folgt mir da. Denn das ist sehr, sehr gut. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss!